Läuft die Kamera schon? Ja, ich möchte nicht, dass die läuft, bevor ich mich richtig sitze, doch. Wenn das jetzt läuft, du, ja, da gibt es richtig Ärger auch hier, also sag ich dir. Ja, Küsse, alles Gute zum Geburtstag wünsche ich dir, zum neunten, glaube ich. Ich habe mir noch mal ein Profil nachgeschaut, das war der neunten. Das ist zwar ein bisschen älter aus, aber neun ist auch okay, ich bin ja auch ein sechs, nicht? Ja, und mit dem Wettkampf heute haben wir nichts unglückt. Ich dachte, ich gehe mal einen Park. Du weisst ja, Parkplätze und so, das ist ein schöner Ort für mich. Und Laura, nur mit dem Wettkampf muss man auch ein bisschen Abstrichen machen. Und ich dachte, ich schicke dir ein bisschen die Sonne nach Hause. Und das dunne scheiß Wetter hier. Und es tröpfelt ein bisschen. Keine Sonne. Kurzsache, du hast einen schönen Geburtstag heute. Ich schicke dich allein begrüße. Nach Stuttgart. Ich war ja da vor zwei Tagen, glaube ich, war das. Ich habe ein bisschen mein Gedächtnis verloren. Aber jetzt geht es schon wieder, ne? Ja. Was soll ich dir sonst noch sagen? Hier im Parkplatz ist nicht viel los. Läuft die Kamera überhaupt? Ja, du. Wenn die nicht läuft, wenn ich merke, dass das nicht geklappt hat, dann geht es ab von deiner Bezahlung. Es bleibt. Mache, was? Ja, Chris, ich wünsche dir nochmals alles Gute und da ein paar schönen Tag. Abstriche wirst du auch zumachen müssen. Ich ja auch wüsste meiner Sprache. Ich habe es nicht leicht hier in Köln. Schwul. Ja, warm ist hier. Sehr warm. Ich habe zwar Rutsche auf, aber es ist sehr warm, sag ich dir. Okay, das sollt jetzt mal von mir aus Köln vom Parkplatz gewesen sein. Und, äh, läuft die Kamera? So. Wenn die nicht läuft, ich sage es dir, ich habe ich ein paar aufs Mal. Richtig fertig. So wie du es gerne hast. Gut. Ich drehe mich hier im Kreis. Keine Sau da, die dir noch gratulieren könnte. Ich dachte, die wäre es voll Solo Männer oder so. Nix. Aber doch, da sehe ich einen. Ah, der ist zu bald, der ist 50. Ah, noch älter. Ich kann mir auch schon viele Falten sehen. Eigentlich könnte ich auch noch ein bisschen laufen lassen. Eigentlich macht es Spaß. Ach, da kommt der ganze LKW-Ladung an. Ah. Mit Licht sogar. Die wollen wir nicht überwehen werden. Oh, und Täubchen. Schöne Täubchen. Ganz viele schöne Täubchen. Kann ich sehen. Ah, ganz verschwarm. Unglaublich alles voll. Ah, Franziska habe ich auch dabei. Die macht das Wetter gar nicht. Ah, die sucht auch Brüderchen. Ah, die ist schon schön. Ich stehe zwar nicht auf Frauenmager. Und doch. Ach, noch drei Menschen kommen jetzt. Oh, noch mehr. Vielleicht möchte einer zum Geburtstag gratulieren. Ach, nee. Auch so alte Menschen. Ach, die sind schon ganz falsch. Das mag ich ja gar nicht. Ah, wir hatten ja hier bis vor kurzem noch einen Schweizerinkel. Ah, der war Trainer bei irgendeinem zweitligisten. Den haben sie fortgejagt. Den arme Sowie. Der hat's nicht einfach gehabt. Allein schon wegen der Sprache. Ah, der ist sogar ein Kind dabei. Das ist ja gar nicht gut. Und der da. Ah, der hat wohl nichts mehr Lust auf mich. Ich hab doch heute hier meinen Stöckerschuh angezogen. Die Mitte vorabsetzen. Strumpfhose darunter. Der kleine Schwarze hier unter der Hose. Ich würd's dir zeigen, aber ich wollte vor, der sie ins Internet stellen. Öffentlich. Da kann ich nicht mein kleiner Schwarzer zeigen. Die ist heute keine Nummer 32 drauf. Ah, aber ist ganz schön scharf. Ah, das kann ich dir sagen. Warum sind denn hier heute nur alte Leute unterwegs? Ich versteh das gar nicht. Das ist die Sorte hier. Ü60 Tag, wenn du wirst. Kein Auto hält an. Kein junger Hund hält an. Da hinten sitzt der Jägermeister. Der ist allerdings auch schon leer. Da kommt kein Klotz mehr raus. Ah, jetzt wollen wir mal Schluss machen. Und äh, zum Schluss möchte ich dir noch sagen. Ganz wichtig. Take care of your Gaze. Äh, Guys. Ich wusste, ich mach den Fehler. Ich bin heute der Anfänger. Ich bin nicht sehr professionell, wie man an diesem Video sieht. Ah, die kommen jetzt hier rüber. Ich muss mal Schluss machen. Dann könnte das laufen. Oh, Sklave. Jetzt kannst du die Kamera ausstellen. Hier, Cut. Wie sieht jetzt aus? Wenn ich noch eins von diesen Wörtern nachher sehe und höre, dann geht das von deiner Bezahlung ab. Jetzt mach die Kamera aus und runter mit dir. Mach's gut. Auf Winterknee.